What if there was a place with all the Supermucacoma Would that be the G.A.G.A. So und damit wieder willkommen zurück Ich bin jetzt wieder in die Galactic Zone und den ersten Raum die wir jetzt noch mal weiterhin durchforsten werden äh der Aufzug geht ja nicht ne Nö geht nicht den Hauptstrom erst aktivieren hier wir gucken mal diesen Employers Only Raum nach gucken was da drin ist Komm schon Chaka Uh jede Menge Tickets Gib mir das Ticket Da können wir setzen Nö brauchen wir nicht Brauchen wir nicht Ein Schlüssel Für die Geschäftsführung Ok Ein Terminal Äh Korrespondenz Guck mal Es sieht so aus Penning Wenn du uns hier nicht lang Was? Es sieht so aus Penning Wenn du uns hier nicht langsam Ein bisschen Hilfe verschaffst Werde ich morgen kündigen Heute sind Sechs Einheiten Außer Betrieb Für die wir jeweils fast unsere gesamten Schicht zum Reparieren brauchten Ingrid Ingrid und ich haben 68 Stunden Wochen abgerissen Nur damit hier nicht alles auseinander fällt Wenn du das nicht hinkriegst bin ich weg Okay 68 Stunden Woche ist schon ziemlich krank Der ist dir ja absolut jeden Tag hier Ein bisschen mal hier gewesen Das ist Das ist Ich kann mir aber was besseres vorstellen Okay Hm Ich glaub zuerst nicht Ich glaub ich wollt hier lang Genau Gehe mal da hoch Und Mal hier hoch Mal hier hoch Ich weiß nicht ob ich hier schon mal war Ich glaub schon fast nicht Ja 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 Uh Cool Wenn wir denn hier Und ich raten Ein Fahrgeschäft das noch nicht funktioniert Wow What the fuck Ich möchte denn raus Aua Das tat weh Oh Ein Starkor Hä Blödes Ding Oh Ja Genau Knall mich ab Hab hier sonst nichts Mal witzig verarschen Scheiß Ding Komm her Komm her Komm her Komm her Oh 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 Puh Okay Es ist nicht explodiert Ich dachte einiges Ding macht gleich Boom Nö What Was war das Oh Die ballern auf mich Und zwar mit Extrem scharfen geschossen Oh shit Oh shit Oh shit Kannst du vielleicht Abhauen Abhauen Danke Looten Diese scheiß Roboter Okay Könnten wir jetzt endlich mal Ruhe geben Danke Danke Oh je Ich glaube ich hab irgendwo mal gelesen Beim Anfang Dass wenn man die Steuerung wieder neu einstellt Dass die Roboter dann wieder lieb sind Aber Tut mal leid Ich schieß nun mal gern auf Roboter wenn die auf den Sack gehen Das Flüchtling ist entkommen Die Festnahme obliegt nun primär Verdammt Wo muss ich denn Nuka Galaxy Was ist das Robo Kopf Kampfzone Ich würde sagen wir gehen erstmal hier hin Markierung In Strafverfolgungsbehörden In dahin Irgendwo dahin Wir müssen aber auch wieder hoch wie es aussieht Ist irgendwo oberhalb Gucken wir mal Ich würde sagen da hinten Hm Toll Ist ja jeder beim Start Ich mag die Landkarte nicht Ähm Doch ich hab's gewonnen Battlezone Gut Dann gehen wir jetzt erst zur Battlezone Und gönnen Dann ab in Dogfos Fate Saloon in Brirod Gulch Und gönnen Okay Findest Dark Horse Klar Nichts leichter als das Willkommen zur Robco Battlezone Nehmen sie Platz Unsere nächste Show beginnt in Minuten Äh Äh Hä Nicht identifizierter Eindringling Nix Nix da Dich lass ich grundsätzlich in die Luft fliegen Tschüss 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 Was Wieso Was Wieso Nein 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 Oh man Oh man Wir sind immerhin wieder direkt in der Battlezone Hm. Ihr könnt mich doch allemal. Bleibt genau da stehen. Ja, bleibt da, bleibt da, bleibt. Perfekt. Wundervoll. Ist ja immer noch nicht tot. Verdammte Roboter. Ja, ja, ja. Kennt ihr die Robotergesetze nicht, du scheiß Ding. Dammter Mülleimer. Okay. Oh, coole Rüstung. Wir nehmen hier natürlich alles mit. Wir sind hier die Super Looter. Oh. Tut mir leid. Da ist noch einer. Moment. Ja, ich war sauer auf den. Tut mir leid. Der. Die Roboter gehen mir ein bisschen auf den Piss. Ich glaube, Ada würde mich gerade hassen. Äh, was. Ada würde mich wahrscheinlich gerade hassen. Ist mir aber egal. Ist mir aber egal. Ich habe mich nur zur Wehe gesetzt. Wie immer. Normalerweise muss ich ja immer schreien. Oh mein Gott. Das kommt direkt auf uns zu. Aber. Das hatte ich in dem Moment leider vergessen. Am nächsten Mal. Am nächsten Roboter. Ah. Ah. Geht doch. Ja. Wunderbar. Uh. Noch mehr Tickets. Und. Noch mehr Tickets. Noch mehr Tickets. Super. Und ein Safe. Ey, wenn er jetzt nur mehr Tickets sind an fressischen Wesen. Und. Nö. 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 Ich sehe noch ein Star Core. Also. Ich sehe es eigentlich aber, dass sie noch Star Core ist. Ist eine Sicherung. Oh. Nö. Hm. Okay. Undemöhnlich. Ich hatte eigentlich felsenfest damit gerechnet. Aber gut. Dann nicht. On Air. Und da geht's hoch. Ich glaube, wir schauen uns erstmal hier noch mal hin. um. Oh mein Gott. Der kommt direkt auf uns zu. Seht ihr? Genau so sollte man das machen. und. Tschüss. Was? Was? Ey, du sollst stehen bleiben, Junge. Bleib stehen. Bleib zuerst stehen. Alter, bleib stehen. Wow. Ey, da wollte ich mal auf und zu laufen hier. Und die backen nur ein ganz klein bisschen rum. Ist alles okay. Hehehe. Exit. Nuka World. Nö, wir wollen noch nicht raus. Erstmal looten wir. Toll. Ich denke mal, das hier war bestimmt ein Souvenirladen. Ziemlich cool. Ach. Ne. Ernsthaft. Danke. Hm. Sind noch irgendwo in StarCore? Wahrscheinlich zu einfach, aber nö. Schade. 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 Komm ich da auch irgendwie rein? Neues Only. Tschüss. Ohp. Ohp. Sack. Das war's. Ohp. Was ist das? Ops. Sack. Schade. Puh. Allein. ok ich glaube die sind alle hin so kämpft man heutzutage so nicht anders ich so ich wusste es doch immer mit mit roboter verbinden fehler ok das hätte ich vielleicht vorher machen sollen naja ich bin halt etwas ungeduldig tut mir leid stimmte nuka cola aber egal gucken wir jetzt trotzdem mal rein Muni Verkäufer Eine kaputte Tür Oh, na guck mal Ah, die hab ich ja schon Da gehen wir gleich rein Aha Okay Andere Tür Gehen jetzt mal da rein Sind sie bereit Für unglaubliche Action Sind sie bereit Für aufregende Kämpfe Ich will ja nichts sagen, es ist vorbei Oh Ähm Dann ist es Zeit Für die Robko Battlezone Jetzt im Ring Robkos Galaktrons Erleben sie wie die Galaktrons Dank ihrer High End Laser Der kurzen Prozess Scheiße Ich speicher Ich hab's irgendwie gehabt Dass er jetzt irgendwas ganz Schlimmes kommt Oh Moment, ist alles Ist Ja, ich Du wirst gehackt Du wirst gehackt, mein Freund Aber sowas von Oh Oh Scheiße Oh Scheiße Kackvieh Unglaublich Lust auf wer? Nein Da kommen sie Zwei top aktuelle Novatrons Scheiße Nein Ich helfe mal ein bisschen Tschüss Ich bin dann mal weg Viel Spaß Alter Falter Alter Falter Der lebt ja immer noch Oh Und jetzt Der Kampf Auf den alle gewartet haben Die Spitzenklasse der High End Roboter Technik Der Einzige Der war Oh Scheiße Robko Weltraum Wachbord Weiß Das ist doch nur Ein Augenbot Oh Scheiße Hilfe Hilfe Ja Vielleicht ist es ein bisschen lame Tut mir leid Aber Ich hab das nicht um uns gelernt Und jetzt könnt ihr mich alle mal Wow What the Hau ab Scheiß Ding Ich verarschen Du kack Ding Du kack Ding Ah Da ist er Da ist er Nicht er fiebrig geblieben von dem Ok Wir sind noch was Ja Hatte ich einfach versteckt das feige Ding Was für ein Kampf Hoffentlich hat es ihnen gefallen Nein Gehen sie durch die Türen auf der unteren Ebene hinaus Und vergessen sie nicht im Robko Andenkenladen ihr persönliches Souvenir des heutigen Kampfes zu erstehen Vielen Dank dass sie die Robko Battlezone besucht haben Oh Hell Ich kam von hier oder? Und hier ist nichts Ok Gut 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 Dann Gehe ich dann mal ne Irgendwo war noch eine Tür nach oben Und die suche ich jetzt nochmal Wo? Wo war die nochmal gleich? Gehe nicht Gehe nicht Gehe nicht Da Chaka Posteingang Hier sind alle bestürzt für den unerwarteten und ziemlich brutalen Tod von Tim Whittingston Einen Techniker der seit der Eröffnung der Attraktion im Jahr 2072 bei uns gearbeitet hat Laut den Ergebnissen der offiziellen Untersuchungen durch die Polizei von Brad Burton ist Tim durch einen Unfall ums Leben gekommen Daher wurde die Battlezone und Robko von jeglicher Haftbarkeit freigesprochen Denken sie bitte daran dass unsere Roboter Darsteller mit scharfer Munition ausgerüstet sind und in der Arena eine abgeänderte Version ihrer ursprünglichen Kampf KI verwenden Aus diesem Grund ist der Zugriff auf sie streng verboten Solange keine Reparatur oder Wartung autorisiert und die Energiequellen der Darsteller vollständig entfernt wurde Danke für ihre Verständnis Super Gute Arbeit lieber Okay 6 von 6 Sehr schön Ich würde sagen die Battlezone haben wir gut abgegrast Gehen wir zum nächsten Viele Roboter Ziemlich viele Roboter Ok wo gehen wir denn als nächstes Achso Oh cool Ein Mr. Handy Cool Sehr schön Hier ist irgendwas Hm Hm Hehehe Na komm schon Reservieren Sie sich jetzt Tickets und seien Sie der Erste in unserer wütenden Anaconda Achterbahn Sie bald im Safari Adventure eröffnet werden Ups Sorry Ok wo geht es hier lang Ah ok Wieder zur Rob Crow Gut Wo gehen wir denn jetzt hin Finde Star Kerne außerhalb der Galactic Zone Finde Star Kerne außerhalb der Galactic Zone Drei Stück noch Finde Star Kerne auf dem Gelände der Galactic Zone 4 von 7 Optional säuber die Galactic Zone Reparier den Zentralrechner Ok Ok Erleben Sie Prunk und Würde von King Cola's Court Tickets für alle Vorstellungen sind jetzt an der Kiddy Kingdom Hauptkasse erhältlich Nuka Galaxy Wo gehe ich denn als nächstes hin Ich glaube ich gehe einfach mal runter zu Oder beziehungsweise hoch zu Aber wenn ich mich hier im Kreis bewege Irgendwo links halten auf jeden Fall Ich würde sagen irgendwo hier Ja Das sieht doch gut aus Mal kurz speichern Ok Let's to go Ok Gut sind das eigentlich so gas tanks irgendwie glaube ich das sind gas tanks jup es sind gas tanks oh scheiße ganz gemeiner roboter an oh fuck whoa hecken 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 tschüss war weiter scheiß mist dinge blöden scheiß fischer alter den nehme ich mal an mich ja was denn sonst noch das kannst du behalten nachladen doch nicht so schön hier mit dem kopf in der toilette nee 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 warte okay okay auch nicht schlecht jede menge pümpel scheiß ding wow ein mal durch gammte scheißdinger oh shit was für miese dinger sind das drecksding ist das denn teekessel schneidebrett brauche ich gerade nicht auch wenn es angezeigt wird dass ich das irgendwie brauche nö nö brauche ich nicht so was haben wir denn sonst hier nichts mehr ok küchenbereich gecheckt ich hoffe ich bin immer gründlich genug dass ich auch hier bloß nichts vergesse ich glaube ich mache jetzt mal die die fläche ja auch verdammt stimmt da war ja was scheißding das war bestimmt voll die geile fahrt hier oh oh ein starcore damit 3 von 4 was ist das whisky immer gut irgendwie glaube ich die mitarbeiter hier die waren nicht allzu motiviert sage ich mal und wenn dann mussten die sich motivieren gut hier war ich schon gut gut den aufzug nehme ich jetzt gleich da war ich da war ich auch näher auf bestrafung stehe ich nicht tut mir leid da muss ich dich leider enttäuschen mein freund flüchtling ist entkommen die festnahme nach links unten den nachverfolgungsbehörden Hauptetage nach oben warum sind da eigentlich schon mal diese luken der geben keinen sinn okay hatte ich mal schießen wollen unglaublich total aggressiver roboter theater hey du scheißvieh unerhört super clever super clever was ist denn das ach so noch ein starcore dann läuft ja nicht ziemlich gut muss ich sagen ja komm du musst schon erstmal herkommen bevor du mich angreist so funktioniert das nicht immer hier lang okay dann bleibt mal dort ist das nicht putzig scheißroboter scheißroboter haha gut ist hier noch was nuka cola wild kein starcore hm würdest du denn jetzt am letzten starcore hapern starcore hapern muss ich mich nochmal ganz genau umsehen hier ist nichts hier ist nichts hier ist auch nichts hier ist auch nichts ist da noch so ein aha 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 guck doch mal einer an ne moment hier war ich doch hä moment okay hier kam ich her dann müssen wir uns zur anderen tür beziehungsweise zum anderen aufzug gucken wo der mich hinführt ich weiß ja eigentlich wo der mich hinführt denke ich aber irgendwo muss hier noch die letzte der letzte star core sein und den will ich haben da fehlt da noch einer ne oder oh ich habe schon alle gefunden waren nur vier stück okay na gut dann nehme ich alles zurück ich war sehr gründlich ein kinderspiel also ich weiß nicht was sie alle haben mit den stark also ich hoffe ist schon ziemlich einfach na also ja nein spaß ein bisschen suchen muss man halten aber man weiß ja wonach man sucht und man weiß ja wofür deswegen wird man denke ich mal jeder die irgendwie finden auch wenn es ein bisschen länger man sucht dauert okay gut dann bleibt eigentlich nur noch ein gebiet tatsächlich die nuka galaxy und auf dem grundstück hier müssen noch ein paar star cores sein ich denke ich werde mich mal in solchen sachen hier umsehen und da ist nichts schade das wäre jetzt das wäre jetzt echt cool gewesen so hey und da ist einer sofort ich finde star kerne außerhalb der galactic zone 2 von 5 und auf dem gelände müssen auch noch drei stück sein ja und dann gehen wir jetzt mal in die nuka galaxy vielleicht sind da ja auch die drei vielleicht ist es ja damit gemeint irgendwo da hoch irgendwo da hoch heido noch mehr hier leuchtet nichts hier leuchtet nichts okay hier ist noch was drin oder ja da okay dann fehlt noch eine ein einziger star kern fehlt hier noch draußen gucken wir mal ob ich den jetzt gleich noch finde aber erst mache ich mal hier das areal aber da ein Untertitelung des ZDF, 2020